Vespa Oldtimer Gebrauchtkaufberatung. Die Regeln, die bei jeder Gebrauchtkaufaktion gelten, die gelten natürlich umso mehr bei älteren Fahrzeugen und erst recht bei alten Blech-Vespa-Rollern. Und wie bei all meinen Gebrauchtkauf-Videos, so ist auch diese Beratung aufgeteilt in zwei Teile. Einmal Teil 1, der theoretische Teil, das ist dieser, in dem ich euch was über die Theorie des Gebrauchtkaufes erzähle. Und dann Teil 2, das ist der nächste Teil, in dem wir uns so eine kleine alte Vespa mal von A bis Z gründlich ansehen. Diejenigen von euch, die meinen GTS Gebrauchtkauf-Film schon gesehen haben, die kennen jetzt diesen theoretischen Teil schon, die können dann direkt zum Teil 2 übergehen. Nummer 1. Was auf den Fotos im Internet gut aussieht, kann live dann doch ziemlich abweichen. Aber ein gebrauchtes Fahrzeug ist eben ein gebrauchtes Fahrzeug, erwartet also beim Termin kein Neufahrzeug. Nummer 2. Aber ich wollte doch einen schwarzen Roller. Ja, das wollen die meisten, aber bei einem gebrauchten Zweirad sollte man die Farbe nicht als oberste Priorität setzen, sondern den technischen Zustand an vorderste Stelle stellen. Nummer 3. Lasst euch vom Verkäufer nicht unter Druck setzen und nicht hetzen. Überstürzte Kaufentscheidungen gehen nämlich gerne mal nach hinten los. Kauft wirklich erst dann, wenn ihr wirklich überzeugt seid, dass alles okay ist mit dem Gerät und dass der Preis, der euch abverlangt wird, auch gerechtfertigt ist. Nummer 4. Erkundigt euch vorher und fragt auch den Verkäufer, welche Reparaturen oder Wartungsarbeiten bei der Kiste jetzt bald anstehen und was die kosten werden. Denn was beim ersten Hinsehen eigentlich ein guter Deal wäre, stellt sich dann oft beim Nachrechnen als teurere Variante raus. Nummer 5. Auf Fotos und im Stand so einen Roller gut aussehen zu lassen, das ist nicht sonderlich schwer. Aber nicht alle Mängel lassen sich im Stand auffinden. Also auf jeden Fall vorher fragen, ob ihr auch eine Probefahrt machen könnt. Bestimmte Mängel zeigen sich nämlich erst bei oder nach einer Probefahrt. Nummer 6. Die Vorarbeit am Telefon. Wenn der Verkäufer mitsamt dem Roller im Ort nebenan wohnt, wo man mal eben so vorbeifahren kann, dann ist das nicht so ein Ding, wenn das Fahrzeug dann in eurer Bewertung eher schlecht abschneidet. Dann fahrt ihr eben die 20 Minuten wieder nach Hause, gut ist. Aber nichts nervt mehr, als wenn man gerade 2, 3 oder mehr Stunden im Auto gesessen hat, um dann total genervt vor einer super abgeranzten Blenderhäuse zu stehen, die nicht mal das Benzingeld wert ist, das man gerade verbraten hat. Wenn ihr von weit anreist, dann schickt den Verkäufer schon am Telefon vorher ins Land der 1000 Fragen. Die sind immer total genervt davon, weil da ja 100 Leute am Tag anrufen, die alle das Gleiche fragen. Aber da müssen die durch. Stellt dem Fragen wie, sind Sie der Besitzer? Wie ist der Pflegezustand? Stand das Fahrzeug immer draußen oder in der Garage? Sind alle Papiere da? Stimmen, Rahmen und Motornummer mit den Papieren überein? Warum verkaufen Sie den Roller? Wie viele Vorbesitzer hatte der Roller? Wie lange war der in Ihrem Besitz? Stehen Sie als Besitzer auch im Fahrzeugbrief? Wie viele Kilometer sind Sie damit gefahren? Sind alle Schlüssel da? Ist der Roller unfallfrei? Wurden Reparaturen durchgeführt? Wenn ja, welche? Gibt es Rechnungen? Oder Twittungen über diese Reparaturen? Ist der Roller angemeldet? Die Roller unfallfrei? Das ist ein Fisch. Die Rechnung. Die Rechnung. Die Reparaturen. 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 Diese Liste habe ich euch auch zum Download bereitgestellt. Link dazu in der Beschreibung. Und die Antworten, die ihr euch am Telefon gibt, die notiert ihr euch am besten auch in Stichworten auf einem Zettel, damit ihr später vergleichen könnt, was der denn nun wirklich gesagt hat. Nummer 7. Der Kaufvertrag. Ladet euch auf jeden Fall irgendeinen aktuellen Kaufvertrag runter und füllt den akribisch aus. Gerade wenn ihr ein Fahrzeug an dem einen Tag kauft und erst am anderen Tag abholt. Hierzu mal ein kleines Beispiel von mir. Ich habe mir mal eine alte Vespa PX angesehen. Die sah auf den Fotos schon sehr lustig aus. Denn da waren wirklich alle Anbauteile dran, die man damals im Vespa Katalog bestellen konnte. Eine riesen Windschutzscheibe. Alle Chromsturzbügel, die man anbauen konnte. Das ganze Ding war eingerüstet wie ein Auto aus einem Mad Max Film. Dann waren da auch noch ein Radio verbaut. Da waren vier Boxen dran. Ein riesen Gepäckträger vorne. Ein riesen Gepäckträger hinten. Radkappen. Und auf dem Auspuff steckte auch eine riesige Chrom-Zierblende. Geiles Teil. Damit habe ich dann eine Probefahrt gemacht. Dabei habe ich Musik gehört und dachte, sehr geil der Roller. Ist zwar schwer wie Schwein und Spitze fuhr der auch nur noch 80 kmh. Aber der war wirklich cool. Den nehme ich so wie der ist. Damals habe ich keinen Kaufvertrag gemacht, sondern nur mit Handschlag bestätigt. Und als ich dann am nächsten Tag angekommen bin, um den Roller abzuholen, da hatte der Verkäufer da alles tutto completo abgeschraubt. Die Vespa stand also da im Auslieferungszustand. Sein Argument war, ich habe ja schließlich nur die Vespa gekauft und nicht die Anbauteile. Die Anbauteile würde er jetzt alle einzeln verkaufen wollen. Kein Witz, der hatte da sogar das Radio und die Boxen wieder ausgebaut. Sogar die Radkappen und die Chrom-Zierblende vom Auspuff waren fein säuberlich abgeschraubt. Darum, wenn ihr einen Roller kauft, an dem spezielle Anbauteile verbaut sind, dann tragt das in den Kaufvertrag ein. Hat er einen Sportauspuff, tragt das in den Kaufvertrag ein. Sportbremshebel, eintragen. Windschild, eintragen. Sportsitzbank, eintragen. Einfach alles, eintragen. Nummer 8. Gleich sind wir hier auch schon durch. Kommen wir noch kurz zu den verschiedenen Realitäten. Ich rede von der telefonischen Beschreibung von Beulen, Macken, Kratzern, Verkleidungsbrüchen, Sturz- und Umkippspuren. Es gibt nämlich zwei Arten von Realitäten. Es gibt die Verkäufer-Realität. Ja, der hat ein bisschen Patina, ist aber sonst original und auch im Tip-Top-Zustand. Und der steht auch technisch da wieder eins. Ja, kennen wir diesen Top-Zustand. Und dann gibt es eure Realität, die dann brutal zuschlägt, wenn ihr vor der Häuse steht. What the fuck? Das ist es jetzt, oder was? Nummer 9. Beulen, Macken, Kratzer und so weiter. Alles nicht so schlimm. Schließlich ist das ein gebrauchtes Fahrzeug. Das hat ja auch schon ein bisschen was erlebt. Und das hat ja auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Erwartet also kein Neufahrzeug. Aber sowas muss vom Verkäufer vor der Besichtigung kommuniziert werden. Soll heißen, wenn ihr euch schon zu Hause in Pusenbuckel ins Auto setzt und in das 350 Kilometer entfernte Kaff Popelsberg fahrt, dann sollte der vom Verkäufer am Telefon beschriebene kleine Kratzer auch im günstigsten Fall nicht mehr sein als ein Kratzer. Und wenn ihr dann da ankommt und der ganze Roller sich rausstellt, als ganzes Beschiss-Buffet, ähm, heute servieren wir ihnen Spachtelmasse schlecht vermischt mit etwas zu viel Härter, grob geschliffen, in einer rostigen Beule, aller beim Tanken hingefallen, unter einem hauchdünnen Aufkleber aus dem letzten Italienurlaub. Dazu empfehlen wir ihnen einen gut abgestandenen 1961er Edge reingefallen. Wenn das also so läuft, dann ist das eine Arschnummer und sehr ärgerlich. Und wenn das schon so losgeht, dann geht das mit der Ehrlichkeit, zumindest von diesem Verkäufer, wahrscheinlich auch genauso weiter. Und Nummer 10. Wie überall, vier Augen sehen mehr als zwei. Wenn ihr also so gar keine Ahnung habt, dann nehmt auf jeden Fall jemanden mit, der vielleicht ein bisschen Ahnung hat. Bis hierhin habt ihr es geschafft. Jetzt kommt Teil 2, die Arbeit am Gerät. Bis gleich. Tschüss. Ach ja, und ihr könnt natürlich auch diesen Beitrag schon liken und mit einem Daumen nach oben bewerten, wenn der euch geholfen oder gefallen hat. Also, bis gleich. Tschau.